Es gibt ein Tieren-Arc, das die meisten von euch wahrscheinlich noch nie besessen haben werden und dabei ist es so praktisch. Die Rede ist natürlich vom Diplo Kaulis. Der ist ein ganz einfacher Knockout-Theme. Ich würde ihn vorher netzen, bevor ihr ihn anschießt, weil er sonst ziemlich flink im Wasser ist und dann ganz einfach runterschießen und mit Fleisch füttern. Wenn er fertig ist, müsst ihr ihn ins Meer transportieren und zwar ziemlich tief, denn erst wenn er wirklich schwimmt, könnt ihr ihn auch reiten. Und obwohl er an Land so träger erscheint, ist der im Wasser richtig schnell. Dafür einfach E gedrückt halten und dann Ride auswählen. Und schon händet ihr dort hinten dran. Und der riesige Vorteil ist, ihr verbraucht so gut wie keinen Sauerstoff mehr. Und damit ist das eigentlich der beste Tame, um am Anfang sich gleich Percaves oder so zu schnappen im PvP. Denn er hat den großen Vorteil im Vergleich zum Ich-Di, dass ihr keinen Sattel braucht und diesen nicht erst craften müsst. Und ihr habt nie wieder Oxygen-Probleme unter Wasser. Und ich wette, du wusstest auch das noch nicht.